Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz, Bootsfahrt mit Polly Piepmatz. Opa Wutz macht eine Bootsfahrt mit Peppa und Schorsch. Polly Piepmatz fährt auch mit. Opa Wutz, hast du auch dein Handy dabei? Ja, Oma Wutz. Lass es nicht ins Wasser fallen. Nein, Oma Wutz. Ist es denn auch an? Ja, Oma Wutz. Wiedersehen. Da ist Opa Kleff. Ahoi auch. Ahoi auch. Schöner Tag für eine Bootsfahrt. Ich würde auch fahren, aber ich muss mein Boot sauber machen. Hohoho, warum machst du diesen rostigen alten Kahn überhaupt noch sauber? Ich wundere mich, dass er immer noch schwimmt. Der rostige alte Kahn wird noch schwimmen, nachdem deine Zinnbüchse längst auf den Grund des Flusses gesunken ist. Opa Kleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Voll Dampf voraus. Wiedersehen. Ich bin der Käpt'n auf dem Boot. Und wenn euch der Käpt'n sagt, was zu tun ist, müsst ihr das auch tun. Ei, ei, Käpt'n. Ei, ei, Käpt'n. Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Schorsch, hisst die Flagge. Schorsch, hisst die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Peppa, läute die Glocke. Opa, darf ich mal der Käpt'n sein, bitte? Okay, aber der Käpt'n muss diese Mütze tragen. Jetzt ist Peppa der Käpt'n und alle müssen tun, was sie sagt. Läute die Glocke. Dreh am Steuer. Ei, ei, Käpt'n Peppa. Hüpft auf und ab. Peppa übertreibt es ein bisschen. Vielleicht sollte ich wieder der Käpt'n sein. Wir wollen doch nicht irgendwo gegenfahren. Ein Boot zu steuern ist gar nicht so einfach. Zum Glück kann ich aber gut steuern. Oh weh. Das Boot von Opa Wutz ist gegen eine kleine Insel gefahren. Opa, wir sind gestrandet. Ich rufe Oma Wutz an. Sie kann Hilfe holen. Opa Wutz ist das Telefon ins Wasser gefallen. Oma Wutz am Apparat. Hallo? 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 Irgendwie müssen wir eine Nachricht zu Oma Wutz schicken. Zu Oma Wutz schicken. Polly kann doch zu Oma fliegen. Gute Idee, Peppa. Und ich bringe Polly bei, was sie sagen soll. Opa Wutz sagt... Opa Wutz sagt... Hilfe! 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 Da seht ihr, ganz kinderleicht. Opa Wutz sagt ganz kinderleicht. Du alter Taugenichts. Du alter Taugenichts. Du alter Taugenichts. Hallo Polly. Was machst du denn hier? Opa Wutz sagt... Was sagt Opa Wutz denn? Du alter Taugenichts. Hilfe! Hilfe! Du meine Güte. Opa braucht wohl Hilfe. Opa Clef. Hallo Oma Wutz. Opa Wutz braucht Hilfe. Kannst du ihn bitte retten? Madame, ich wäre höchst entzückt. Hurra! Ahoi auch. Braucht ihr etwa Hilfe, Käpt'n? Ähm, vielleicht... Soll vielleicht mein rostiger alter Kahn euch retten? Ja, bitte, Opa Clef. Hier, fahrt, Käpt'n. Ei, ei, Skipper. Opa Clef und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Oma, hat Polly dir eigentlich gesagt, dass wir Hilfe brauchen? Ja, Polly ist ein sehr kluger Vogel. Sag, ich bin ein kluger Vogel. Wuff! Wuff! Ich bin ein kluger Vogel. Wuff! Wuff! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Elena Esel. Hallo? Papa Wutz am Apparat? Monsieur Wutz, comment allez-vous? Oh. Das Telefon ist kaputt. Siehst du? Das Telefon redet Unsinn. Hallo, wie geht es dir? Hallo, Monsieur? Kann Elena einen Tag bleiben? Ja. Sie ist im Auto. Das war Monsieur Esel. Er spricht Französisch. Ah, hab ich mir gedacht. Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann. Oh, prima! Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Pepper. Sie wohnt in Frankreich. Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben. Juhu! Wir müssen uns beeilen. Elenas Zug kommt gleich an. Endstation! Alle aussteigen! Da ist Elenas Zug! Elena! Bonjour! Bonjour ist Französisch und heißt Guten Tag. Bonjour! Bonjour! Bonjour, Monsieur Esel. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, nach ganz nach oben im Haus. Oh! Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh, yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Oh! Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja, klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama? Mama? Kann Elena nicht in meinem Bett schlafen? Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Pepper. Pepper und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder. Versucht zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Pah! Dormez bien. Dormez bien ist französisch und heißt schlaft gut. Ich bin doch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines. Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Elena geht heute mit in Peppers Spielgruppe. Hi, hi, hi. Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin Elena Esel. Bonjour. Ah, bonjour Elena. Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen. Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja, singt mir das Bing-Bong-Lied vor. Es ist gut für mein Deutsch. Mais oui. Oh, wir machen Musik und wir singen ein Lied mit einem Bing-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-B Das Feuerwehrauto. Mama Wutz hat eine Feuerwehruniform an. Mama, warum hast du dich so verkleidet? Ich gehe zu einer Feuerwehrübung nur für Mütter. Ui! Ein guter Vorwand für eine Tasse Tee und ein Schwätzchen. So, was hast du denn heute vor, Papa Wutz? Ich habe ein wichtiges Treffen mit der Fußballmannschaft für Väter. Pah, das sind doch nur große Jungs, die einen Fußball herumkicken. Also, wir wollten auch noch grillen. Da sind Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Muuu! Kann Papa Wutz rauskommen zum Spiel? Hihi, los geht's. Mama, dürfen wir das Feuerwehrauto angucken? Ja. Oh, prima! Das ist die Feuerwache von Frau Mümmel. Hallo, Peppa und Schorsch. Wollt ihr mal das Feuerwehrauto sehen? Toll! Feuer-Auto! Es hat eine Leiter zum Klettern, einen Schlauch zum Wasserspritzen und eine große Glocke zum Wimmeln. Ding-Dang, Ding-Dang. So, jetzt gehen wir nach oben und halten Ausschau nach einem Feuer. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie wäre es mit einer Tasse Tee und einem Schwätzchen? Das klingt fein. Ui, ein Telefon. Ein Telefon. Peppa, das ist das Feuer-Fohn. Es darf nur benutzt werden, wenn es brennt. Ah, Feuer, Feuer! Hier, Feuer mache. Wo brennt es? Wo brennt es denn? Kann ich bitte mit Mama Wutz sprechen? Oh, es ist Papa Wutz. Papa Wutz, du darfst nicht auf diesem Telefon anrufen. Es ist nur für Notfälle. Es ist doch auch ein Notfall. Ich kann das Tomatenketchup nirgendwo finden. Papa Wutz, soll ich vielleicht mal den Grill anmachen? Ja, bitte, Herr Löffel. Seid ja vorsichtig mit dem Grill, Papa Wutz. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir Väter wissen doch alles über das Grillen. Tschüss. Vielleicht brauchen wir noch mehr Kohle. Da muss man mal ein bisschen pusten. Meist noch ein paar Grillanzüge drauf. So, jetzt warten wir nur noch auf ein Feuer. Und wie lange müssen wir warten? Och, das könnte lange dauern. Ich warte schon ewig. Wie viele Feuer haben Sie eigentlich schon gelöscht, Frau Mümmel? Äh, keins. Kein einziges. Aber man muss immer bereit sein. Es ist das Feuerfond. Kannst du bitte drangehen, Peppa? Wahrscheinlich ist es wieder dein Papa. Okay. Hallo, hier Feuerwache. Hallo, Peppa. Oh, Peppa, du schon wieder. Du bist sehr ungezogen. Das Feuerfond ist nur für Notfälle. Gibst du mir mal Frau Mümmel, bitte? Sei doch so lieb. Peppa will mit Ihnen sprechen. Hallo, Papa Wutz. Dieses Telefon ist reserviert für den Alarm bei... Feuer! Feuer! Oh, weh. Der Grill von Papa Wutz steht in Flammen. Feuer! Feuer! Die Mütterfeuerwehr rückt aus. Hui! Festhalten! Hui! Hui! Hihihi! 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 Feuer! Feuer! Ding dong! Ding dong! Hihihi! Hihihi! Da kommt Frau Mümmels Feuerwehrauto! Hurra! Vor Seite Papas! Mama Clef! Kommando Wasser Marsch! Kommando Wasser Marsch! Ei, ei, Mama Wutz! Das Feuer ist gelöscht. Hurra! Danke für die Rettung, Frau Mümmel. Kein Problem. Das gehört alles zum Service. Zum Service der Mütterfeuerwehr. Und jetzt, wo die Mütterfeuerwehr unseren Garten unter Wasser gesetzt hat, können wir alle zusammen in den Matschepfützen herumspringen. Ja! Hihihi! Ich liebe Feuerwehrautos. Ganz besonders, wenn sie Matschepfützen machen! Ach, hihihi! Prinzessin Peppa. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Oma und Opa Wutz kommen zum Abendessen. Hallo. Hallo. Wo sind Peppa und Schorsch? Schlafen schon. Oh, ich wollte sie so gern noch sehen. Darf ich mal reinschauen? Na gut, Oma Wutz. Aber sei ganz leise. Oma Wutz! Oma, los! Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also, es war einmal ein... Ein kleiner Junge. Der hieß Pedro Pony. Und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Pedro pflanzte die Bohne ein. Und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Pedro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort... Einen schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir Schorsch, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf. Und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie nullkommanichts. Ah, ein schrecklicher Drache. Peppa, Schorsch, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Krass. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Und dann gab es eine Party. Hopp. Mit all ihren Freunden. Das reicht. Jetzt gehe ich mal besser auf. Papa Wutz. Sie schlafen doch schon fast. Danke. Ich übernehme das hier. Du musst die Geschichte zu Ende erzählen, Mama. Dann aber schnell. Also, wo wart ihr denn? Es war einmal. In uralten Zeiten. Vor sehr langer Zeit. Mama Wutz ist aber schon ziemlich lange da oben. Ich höre schnarchen. Na, endlich. Peppa und Schorsch schlafen jetzt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Peppa. Schorsch. Schst. Mama ist eingeschlafen. Ich glaube, Prinzessin Peppa ist die beste Gute-Nacht-Geschichten-Erzählerin. Na klar, das bin ich. Hihihihi. 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 Teddy Lausbub. Es ist Abholzeit in Peppas Spielgruppe. Papa, Teddy Lausbub kommt uns besuchen. Wer? Teddy Lausbub ist unser Wanderbär. Heute besucht er Peppa zu Hause. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste. Es ist alles in seinem Koffer. Oh, verstehe. Peppa, Papa Wutz und Teddy Lausbub sind zu Hause angekommen. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy Lausbub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann. Teddy Lausbub hat wirklich schon viel erlebt. Ähm, ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy Lausbub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Krach. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wunder dich nicht, der redet nicht so viel. Krach. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy Lausbub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy Lausbub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Äh, wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja. Ich glaube, Teddy Lausbub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy Lausbub in den Supermarkt. Siehst du, hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. An der Kasse muss man seine Einkäufe bezahlen. Schorsch möchte ein Foto machen. Okay, Schorsch. Spaghetti. Spaghetti. Das sind jetzt genug Bilder, Schorsch. Oh, wo ist denn Teddy Lausbub? Teddy Lausbub ist weg. Papa, du hast Teddy Lausbub verloren. Keine Sorge, Peppa. Er taucht schon wieder auf. Hallo. Wie war euer Tag? Papa hat Teddy Lausbub verloren. Oh nein. Aber ich weiß schon, wie wir ihn wiederfinden. Aber wie finden wir Teddy Lausbub wieder, Papa? Zuerst drucken wir alle Bilder aus, die wir von ihm gemacht haben. Mama Wutz packt die Einkaufstaschen aus. Wohin geht ihr? Wir kleben Bilder von Teddy Lausbub an die Bäume. Oh. Papa, warte auf mich. Warum kleben wir die Bilder an die Bäume, Papa? Die Leute sehen die Bilder von Teddy Lausbub und wissen, dass er weg ist. Und dann helfen sie uns suchen. Ah, da ist Teddy in meinem Bett. Und da ist Teddy in der Küche. Und hier sind die Bilder von Schorsch. Die aus dem Supermarkt. Oh, Teddy Lausbub. Jetzt weiß ich, wo er ist. Oh, hallo. Mama, wir wissen jetzt, wo Teddy Lausbub ist. Ja, er ist in der Einkaufstasche bei den Nudeln und den Tomaten. Peppa zeigt in der Spielgruppe das Fotoalbum von Teddy Lausbub. Ich dachte schon, dass der Teddy Lausbub bei uns kein spannendes Abenteuer erlebt. Aber zum Glück hat mein Papa ihn im Supermarkt verloren. Aber wir haben ihn wiedergefunden. In der Einkaufstasche. Puh, das war wirklich ein Abenteuer. Und was für eins. Der Piratengeburtstag. Klausi Kleff hat heute Geburtstag. Und er macht eine Party. Alle sind als Piraten verkleidet. Pedro Pony ist als Cowboy verkleidet. Hüya. Ahoi, ihr Landraten. Das ist Opa Kleff, verkleidet als Pirat. Hallo, Opa Kleff. Nenn mich Käpt'n Kleff. Hallo, Käpt'n Kleff. Welchen von euchs kaputt gebeutelten Piraten dürstet es nach gehörigem Glabauta auf Rauersee? Warum redet er so komisch? Hüya, das ist Piratensprache. Wer von euch feiern will wie ein Pirat, sagt Harrrr. Harrrr. Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Kleff hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Harrrr. Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Käpt'n Wuck. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Käpt'n Wuck stahl meinen Schatz. Oh. Wisst ihr, Käpt'n Wuck ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Käpt'n Wuck's Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra. Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Pirat. Und stopp. Zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Clef müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Käpt'n Clef sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Opa Wutz. Na, endlich. Sind jetzt alle soweit. Herr Käpt'n Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und ich. Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Clef? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten, volle Segel. Allein, Käpt'n Clef. Hihihihi. Hihihihi. Piraten sind wir hier. Und stecken wir in See. Und holen uns den Schatz. Man zauberheu, juchhe. Land in Sicht. Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hipp, Hipp, Hurra, Piraten. Psst, Mama. Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Die haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladenthaler. Alle lieben Schokoladenthaler. Lecker, lecker, lecker. Aha, hab ich dich. Opa Clef ist erwischt worden. Du wolltest mir wohl meinen Schatz klauen, Schurke. Das ist meiner. Ich hab ihn rechtmäßig gestohlen. Oh nein, hast du nicht. Doch, hab ich wohl. Ruff, ruff, ruff. Danke, Käpt'n Wug und Käpt'n Clef, für das schöne Piratenspiel. Oh, bitte. Gern geschehen. Äh, oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlich willkommen, Klausi. Das ist der beste Piratengeburtstag von allen. Harrrr. Ha, ha, ha. Mr. Kartoffel kommt in die Stadt. Auf, ab. Peppa und ihre Familie sehen sich Mr. Kartoffel im Fernsehen an. Auf, ab. Ich liebe Fitnessprogramme im Fernsehen. Auf, ab. Und ihr, habe ich schöne Bilder, die mir geschickt wurden. Das ist ein Apfel. Oh. Oh, ihr wisst ja schon. Obst und Gemüse zu essen hält euch fit. Ich bin gut im Obst und Gemüse essen. Und Sport treiben ist wichtig. Deshalb werde ich heute auch ein neues Fitnesscenter in der Stadt eröffnen. Mama, können wir da hingehen zu Mr. Kartoffel? Das ist aber weit weg, nur um eine Kartoffel zu sehen. Es ist ja nicht irgendeine Kartoffel. Es ist Mr. Kartoffel. Können wir hin und ihn ansehen, Mama? Bitte. Oh, na gut. Hurra. Alle wollen dabei sein, wenn Mr. Kartoffel das neue Fitnesscenter eröffnet. Sieht mal, da ist Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel. Es ist nur Peppa. Oh. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Luzi dachte, du wärst Mr. Kartoffel. Ich sehe doch nicht aus wie Mr. Kartoffel. Nein, du bist viel zu groß. Mr. Kartoffel ist aber größer als ich. Nein, ist ja nicht. Er ist doch eine Kartoffel. Und Kartoffeln sind so groß. Da ist Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel ist endlich in der Stadt angekommen. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffeln. Hurra. Boah, ist das eine große Kartoffel. Ich erkläre das Fitnesscenter für eröffnet. Vorbildlich. Wir sollten alle Sport treiben und Obst und Gemüse essen. Welche sollen wir denn essen, Mr. Kartoffel? Äpfel, Orangen, Möhren, Tomaten. Auch Kartoffeln? Ähm. Warum sind sie nicht so klein wie eine normale Kartoffel? Oh. Weil er eben keine normale Kartoffel ist. Er hat Beine. Normale Kartoffeln haben keine Beine. Er ist eine Superkartoffel. Wir sehen jeden Morgen ihre Sendung. Das ist gut. Ihr könnt mir gerne ein paar Bilder schicken. Machen wir. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute malen wir Bilder für Mr. Kartoffel. Hurra. Ich male eine Ananas. Ich male eine Möhre. Sehr gut. Und was malst du, Emily? Eine Erbse. Wunderschön. Und Petro? Eine Superkartoffel. Oh, verstehe. Und Schorsch hat eine ganz wunderbare Tomate gemalt. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa, beim Fernsehgucken. Fantastisch. Gut, wir stecken jetzt die Bilder in einen Umschlag und schicken sie an Mr. Kartoffel. Es ist morgen und Zeit für die Sendung von Mr. Kartoffel. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Wir haben Mr. Kartoffel einen Brief mit allen unseren Bildern geschickt. Haben Sie den Brief bekommen? Er kann dich nicht hören, Papa. Er ist doch im Fernsehen. Oh, ja, natürlich. Ich habe einen Brief voller Bilder bekommen. Diese Tomate sieht sehr saftig aus. Seht mal, das hat Schorsch gemalt. Gut gemacht, Schorsch. Aber das Bild hier von Peppa Wutz ist mein Lieblingsbild. Boah, das ist ja mein Bild. Es zeigt Papa Wutz beim Fernsehgucken. Sieht so aus, als sollte Papa Wutz ein bisschen Sport treiben. Äh, was? Na los, Papa Wutz, wir springen jetzt auf und ab, auf und ab. Oh, na gut. Auf, ab, auf, ab. Papa Wutz liebt es, auf und ab zu springen. Alle lieben es, auf und ab zu springen. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein, bitte. Bitte, Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro, du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Oh, verliere ihn aber nicht nochmal. Da kommt der Zug. Tuff, Tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra! Tuffitab, Tuffitab, der Zufler fährt jetzt ab. Keuch und schnau, Keuch und schnau, Tuffitit, Tuffititab. Hallo, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Klepp. Ahoi, au. Hallo, Opa Klepp. Ist Opa Klepp auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrscheine wohl verloren. Oh je, Bine. Miau. Da ist doch dein Fahrscheine, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Hui! Bergab fährt der Zug schnell. Hihi! Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Hehehe. Tuf di Tapp, Tapp, Tuf di Tapp. Hihi! Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au ja! Hahaha. 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 Tuf di Tapp, Tuf di Tapp, der Zug fährt auf und ab. Keuch und Schnauf, Keuch und Schnauf, Tuf di Tuff di Tapp. Hihi! 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 Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Ab, 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 ab. Es ist Frau Emte und ihre Freunde. Hahaha. Hahaha. Meno, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Huh. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Hahaha. Hahaha. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra! Hahaha. Hahaha. Endstation. Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Hoho, Peppa. Aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine. Ja. 儘ks. Hahaha. Hahaha. Ähm. Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Äh. Pedro? Kann ich bitte meine Mütze wieder haben? Da ist Pedros Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Hahaha. Hahaha. Die Hühner von Oma Wutz Peppa und Schorsch übernachten heute bei Opa und Oma Wutz. Oma Wutz! Oh nee, los! Hallo, meine Herzchen. Wiedersehen, bis später. Wiedersehen, Mama. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit. In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein hüppiges Bett. Ich sehe sie. Ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So, und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz! Opa, los! Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh! Und hier sind meine Erbsen. Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh nein, mein schöner Salat. Anders. Opa Wutz hat Hühner. Boah! Boah! Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo! Und das ist Günter. Ist Günter ein Hühnerjunge? Ja, Peppa. Er ist ein Hahn. Er ist der Schlimmste. Kratzt mir meinen ganzen Salat weg. Günter tut keiner Fliege was zu leide. Er frisst die Fliegen sogar. Bäh! Und er hat auch meinen Salat gefressen. Du frisst doch nicht etwa den Salat von Opa Wutz, oder? Nicht, wenn es so leckeren Mais zu fressen gibt. Kommt, hier geht's nach Hause. Peppa, Schorsch, möchtet ihr die Hühner mit Mais füttern? Ja, bitte, Oma. Hier, bitte, ihr Hühner. Fresst nur. Oh, ihr habt ja ein Spielhaus. Das ist ein Hühnerstall. Da legen die Hühner ihre Eier. Eier? Ich sehe aber gar keine Eier. Jetzt nicht. Aber bald gibt es wieder Eier. Oh! Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch bei Oma und Opa. Haben die Hühner schon ihre Eier gelegt, Oma? Vielleicht morgen früh, Peppa. Woher wissen wir, wann morgen ist? Günther wird uns wecken und jetzt schlaft mal. Gute Nacht. Es ist Morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Drei, drei, vier, vier Eier, Oma. Dann haben wir Eier fürs Frühstück. Danke schön, Jessica, Sarah und Vanessa. Gekochte Eier für alle. Hurra! Mh, sehr lecker. Oma, deine Hühner legen ja superleckere Eier. Ja, weil sie immer so leckeren Mais essen. Und auch meinen Salat. Der Talenttag. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, morgen ist unser Talenttag. Was ist ein Talent? Ein Talent ist etwas, was du gerne machst und was du gut kannst. Ich gucke gerne Fernsehen und das kann ich gut. Zeig doch etwas, was die anderen auch gerne sehen würden. Mein Talent ist Gitarre spielen. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Vergesst nicht, euch etwas auszudenken für den Talenttag, morgen. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Ich kann auch nicht ins Bett gehen. Ich habe noch kein Talent, das ich morgen zeigen kann. Aber du hast viele Talente, Peppa. Ja, ich kann Seil springen. Ich kann singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich habe ja so viele Talente. Keine Sorge, du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind Seilspringen, singen und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Kleff? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh. Bitte schließt die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Danke schön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist singen. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh, weh. Tanzen war Peppers letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat. Also, wer ist noch übrig? Peppa. Ich wollte Seilspringen oder singen oder tanzen. Aber das war alles schon. Man kann viele Talente haben, Peppa. Auf jeden Fall nicht Fernsehen gucken. Überleg mal, was du wirklich gerne machst. Ich weiß es. Ich habe noch ein Talent, bei dem ich richtig gut bin. Mal sehen, welches Talent Peppa wohl meint. Mein besonderes Talent, das ich am besten kann auf der ganzen weiten Welt, ist auf und ab zu springen. In Matschepfützen. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, in Matschepfützen zu springen. Jeu, Junge. Ich weiß es, in Matschepfcü. Ich sage es, in Matschepflü. Alles zäge ich, in Matschepflü. Ich weiß es, in Matschepflü. Ich weiß es, aus. Aber dasittlebe ist, mit dem Sphäranin. Ich weiß es, aus. Wirkliche. 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 Untertitelung. BR 2018